Zugegeben, aktuell ist wohl der langweiligste Part im Jahr für die Börse und das nicht unbedingt, weil keine Bewegung da ist. Wir sehen hier den DAX Future beispielsweise, der tapfer nach oben strebt. Wir waren schon hier deutlich unter der 14.000er Marke. Da erzähle ich euch nichts Neues, aber ganz kurz das Tief nochmal angepingt. Das war 13.925 in etwa, etwas drüber glaube ich. Und jetzt sind wir schon bei 14.100 gewesen, also ganz schön tapfer wieder nach oben gekommen. Aber machen wir uns nichts vor, das ist im 5-Minuten-Chart zwar total spannend, insgesamt aber eher ein Non-Event. Trotz alledem, für die, die jetzt kurzfristig unterwegs sein wollen und noch nicht aufgegeben haben für dieses Jahr, kann sich daraus vielleicht noch was ergeben. Denn die Bewegung, die wir hier haben, im Wesentlichen hat bisher zwei Korrekturpausen. Nämlich, wir sind einmal hochgelaufen, hier war eine Pause, dann sind wir hochgelaufen, hier ist eine Pause und jetzt das nochmal. Und wer so ganz grob das Ganze nochmal so vergleicht, ich habe es jetzt sehr unsauber gezeichnet, aber ich glaube, es ist schon nachvollziehbar, was ich ungefähr mit meine. Und das ist eine starke Bewegung, weil ihr seht, dass diese Korrekturphasen eben nicht überschneidend sind. Also damit ist die Aufwärtsbewegung erstmal nicht korrektiv. Und das bietet wiederum die Chance, dass wenn jetzt mal eine Korrektur käme und viele von euch wissen ungefähr, wo diese landen müsste, so ungefähr die Hälfte dieser Strecke ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Ihr seht, ich mache mir nicht mal die Mühe, Fibonacci hier zu bemühen. Ihr könnt das relativ einfach mit Augenmaß oder so ein bisschen halbe halbe gucken. Und wenn es dort wackelig mit Überschneidung oder eben dreiwellig hier runterkommt, dann böte das die Chance nochmal für einen Long-Einstieg. Also ihr seht, da ist durchaus vielleicht noch die ein oder andere Chance drin, wenn es denn so kommt. Das ist natürlich nicht immer so gesagt, dass das so passiert. Für mich als Händler gilt aber eine Regel. Entweder der Markt macht es schön, dass ich es sehe und idealerweise jeder im Markt sieht, dann mache ich da gerne mit. Oder der Markt macht es nicht schön, dann gucke ich da einfach nochmal zu, bis er es ordentlich hinkriegt. Also das wäre eine ganz gute Voraussetzung für die Long-Seite nochmal. Und das ist durchaus passend, denn ihr erinnert euch vielleicht, dass wir ja schon angedeutet haben, naja, eigentlich brauchen wir steigende Tiefs und steigende Hochs. Das heißt, wir müssten nochmal einmal ein bisschen höher. Und möglicherweise ergibt sich das genau aus dieser Geschichte, also dass wir da diesen nochmal nach oben kriegen. Vielleicht sowas in der Art in etwa, aber eben darüber hinaus, also 14.250, 300, irgendwie sowas in der Richtung. Würde mich nicht wundern, sondern würde hervorragend passen. Ich habe es jetzt so häufig erzählt, ich glaube, ich muss darauf nicht mehr groß eingehen, dass dann das mein Optimal-Szenario wäre mit Bruch dieser Marke, dann eben nochmal für ein Shorty. Und das wiederum später dann vielleicht sogar ein Long-Szenario, wenn das bricht. Aber bis dahin sind so viele Wenn-Dann-Situationen, da müssen wir uns jetzt aktuell noch keinen Gedanken dazu verschwenden. Also insofern, aktuell, wenn ich so den 5-Minuten-Chart angucke, fände ich sowas hier total schick, wenn das passieren würde. Und ihr erahnt es schon, die Situation ist mehr oder weniger die gleiche beim Dow Jones Future hier in dem Fall. Da sind wir auch stark angestiegen. Da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Wo ist das mit den Korrekturen? Vielleicht hier und dann zack und dann hier, aber dann hier hinten auch nochmal wieder irgendwie. Aber trotz alledem, viele Teile sind irgendwie überlappungsfrei. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Wir bräuchten eine ordentliche Korrektur. Und wenn wir eine starke Bewegung haben, ordentliche Korrektur, nehmt ihr per Augenmaß. Die Hälfte ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Und da idealerweise rein. Wer es ein bisschen genauer mag, der kann für diese Szenarien natürlich sehr gerne auch die Fibonaccis nehmen und das Ganze dann ein bisschen genauer abschätzen. Und dann sieht er, ein bisschen habe ich hier jetzt niedrig gelegen, aber im Wesentlichen nicht. Und wir wissen ja auch noch nicht, wo der Hochpunkt ist. Das könnt ihr dann nochmal fein messen, wenn der Kurs ein bisschen runterkommt. Und vorsichtig, die Aussage dahinter ist nicht, dass der Kurs jetzt zwingend da runterkommen muss. Es kann ja sein, dass er noch ein paar Minuten weiter steigt oder ein paar Stunden weiter steigt sogar. Nur wenn er es entsprechend tut, entsprechend dieser Verhaltensmuster, dann wäre es das Richtige. Umgekehrt im 4-Stunden-Chart natürlich genau das Gleiche, was wir beim DAX eben hatten. Die scharfe Abwärtsbewegung, diese Aufwärtsbewegung oder vielleicht auch mehrfach wackelnde Aufwärtsbewegung. Anschließend nochmal die Abwärtsbewegung. Dann sind wir ganz schnell auf der Tagesebene. Die Szenarien, die haben wir in den letzten Tagen ganz häufig schon durchgekaut. Da erzähle ich euch nichts Neues. Und tatsächlich hat sich auch in den letzten Stunden nicht wirklich Neues ergeben im großen Bild. Im Kleinen natürlich auch hier beim S&P 500. Aktuell die Aufwärtsrichtung. Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr hier im Kleinen irgendwie was in 5 Minuten, im 1-Minuten-Chart was seht. Aber denkt immer dran, aktuell fehlen viele Marktteilnehmer. Wenn die alle wieder zurückkommen, dann geht es erst richtig los. Also insofern überbewertet diese Bewegung jetzt nicht im Sinne von, siehste, jetzt ist die Abwärtsbewegung komplett rum. Ab jetzt schießt der Kurs nach oben. Das kann ja sein. Aber das wird sich erst dann bestätigen, wenn die Masse der Marktteilnehmer in der nächsten, allerspätestens in der übernächsten Woche wieder mit an Bord ist. Also nicht zu sehr den Fokus hier auf diese Bewegung geben. So, viel mehr kann ich hier zu diesem Chart eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich denke, das Wesentliche haben wir die letzten Tage schon durchgekaut. Immer wieder jetzt hier das kleine Intraday-Update. Und deshalb will ich euch damit jetzt auch gar nicht viel mehr Zeit stehlen zwischen den Jahren. Es wird das letzte Video dieser Art sein. Ihr seht schon, es macht wenig Sinn jetzt hier Hardcore-mäßig nochmal ranzugehen. Morgen Nachmittag dann nochmal vor dem Jahreswechsel und dem ja etwas längerem Wochenende wegen verschobenen Feiertag in Amerika. Das ist dann so eine Sache, ob man da unbedingt noch aktiv sein sollte. Deshalb mein Tipp, wenn ihr heute nochmal aktiv sein wollt, nutzt es, wenn das Bild besonders schön ist. Ansonsten kann ich euch nur wünschen, dass ihr einen guten Einstieg ins neue Jahr habt. Und das möge für euch sehr, sehr viel Erfolg, sehr viele glückliche Stunden und natürlich Gesundheit haben. Also meine allerbesten Wünsche hier von meiner Seite und vom ganzen Team hier natürlich an euch, dass ihr einen guten Übergang in ein wunderbares neues Lebensjahr, hätte ich fast schon gesagt, in ein neues Jahr, Kalenderjahr habt. Also 2023 möge besonders attraktiv sein, während hier der Nasdaq Future genau an der F-1000er Marke gerade hin und her wackelt. Für heute war es das. Für dieses Jahr war es das. Morgen, wie gesagt, keine Beiträge von meiner Seite. Das macht wenig Sinn. Im nächsten Jahr bin ich spätestens am Mittwoch wieder da. Am Dienstag eventuell. Aber verlasst euch bitte nicht drauf. Ich bin am Dienstag noch auf Reisen. Ich bin nicht ganz sicher, wann ich ankomme. Falls es am Dienstag zu spät ist, dann gibt es am Dienstag noch keinen Beitrag. Aber wir brauchen eh wieder ein bisschen Informationen mit ernsthaften Marktteilnehmern. Die werden in der nächsten Woche so langsam aber sicher dazukommen. Also ich denke, richtig interessant wird es eh erst in der zweiten Wochenhälfte nächster Woche oder dann eben in der zweiten Januarwoche. Da geht es dann erst richtig wieder los. Nichtsdestotrotz ab Mittwoch nächster Woche spätestens kriegt ihr wieder Videobeiträge von mir. Bis dahin euch alles Gute und ganz, ganz liebe Grüße.